Meine Damen und Herren, das ist Gnagener LP und willkommen zum zweiten Part von 1, 2, 3, jetzt eingeblendeten Super Meat Boy. Ja, ich würde sagen, wir spielen schön weiter mit Super Meat Boy. Start Game, wir sind angekommen bei The Hospital. Da darf ich jetzt gleich nochmal die ersten Level machen, die Cutscene überspringen wir mal. Ja, das ist eine Anspielung Castlevania und Meat Boy! Let's go! Ähm, ja. Diese Stage ist noch äußerst easy. So, Grey Day. Nächste Stage. So. Komm her. Grey Day! Äh, ja. Also ich mag die Stage. Oh, danke, dass du so niedrig springst, Meat Boy. Das... Ich mag das. Das gefällt mir. Das gefällt mir an dir, dass du solch eine niedrige Sprungrate hast. Boah, danke! Venge Girl! Ähm, ja. Okay. Das probieren wir nochmal besser zu machen, würde ich stark vermuten. Ach, ja, genau. Da war der Trick. Ich mag das jetzt nochmal kurz zeigen. Möglichst niedrig einzuspringen, dann konnte man sich nämlich so hochtragen lassen. Und Grey Day sogar! Und damit habe ich mich in einem LP verbessert zu meinem sozusagen Zuhause-Score. Ah, komm. Äh, lass mich da unten rein. Ich mag das auf die sichere Tour machen, weil ich mich ein wenig unsicher fühle. So, hochgetragen. Sehr gut. Äh, jetzt kommt dieses schöne Stage. Ähm, ah, ja, genau. Da musste man am Anfang einfach laufen. So habe ich das auf jeden Fall zumindest in Erinnerung. Hier unten drüber springen. Da bin ich am Anfang auch relativ häufig gestorben, bei dieser einen Stelle. So, hochtragen lassen. Grey Day! Okay. Äh, ja, jetzt kommt diese schöne Stage. Ähm, was kann ich denn zu dieser schönen Stage sagen? Äh, ja, man muss da hoch. Oh, und dann sollte man am besten in dieser komischen Tomatensauce sterben, weil Tomatensauce ist immer recht gut zum Sterben, weil sie einen recht hohen Eisengehalt hat. Obwohl ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin. Ich bin ja kein Chemiker. Und auch kein Biologist, wie man ja so bei, bei uns in der Mundart zusammen pflegt. Grey Day! Äh, oh, die Stage ist toll. Ich liebe diese Stage geradezu. Den kann man hier vollständig überspringen. Total sinnlos. So, komm rüber. So, oh. Oh, was? Ja, das ist dieses typische, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dieses typische, jetzt ja nichts falsch machen Syndrom, dann macht man es nämlich erst recht falsch. Oh, da oben ist eine Warp Zone, aber die werde ich mir ja nicht holen, Gott sei Dank, weil die Warp Zones sind für mich eigentlich viel mehr Hölle. Also ich finde die erste Warp Zone schwieriger als die letzten fünf Level zusammen. Und ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist sie nicht so schwierig, aber allein das Gefühl, Leben zu haben, ist, äh, die Hölle. Also, dass man wirklich Leben verlieren kann. So, Grey Day! Ah, danke. Ach, ja. Ja, ja, es ist dieses typische, ich trau mich nicht Syndrom, das habe ich immer. So, da müssen wir ein bisschen warten, rüberspringen und am besten an diesem kleinen Blob sterben, weil der kleine Blob, der hat nichts vom großen Blob. Außer vielleicht, dass er auch ein kleiner Klumpen Fleischbrühe ist. Grey Day! Ähm, ja. Oh ja, oh ja. Äh, das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass Meat Boy immer überall hängen bleibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Stage so gut wie abgeschlossen. Wow, kackt mir gerade die Framerate ab. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder die 60 Frames erreicht. Jetzt machen wir diese Stage. Oh, und danach werde ich mal kurz auf die Uhr gucken und werde sehen. Oh, das ist erst vier Minuten. Erstaunlich. Oh, ja. Ich werde diese Stage wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger spielen. Danke. Meat Boy schafft das. A plus. Oh, jetzt kommt eine meiner Lieblings-Stages. Aber auch bloß mit viel Hoppen-Diggelei. Ach ja. Ach ja, töte mich. Töte mich. Ich habe es nicht verdient zu leben. Und... Hallo, Mi. Äh, Hallo, Mi, sage ich schon. Das ist natürlich nicht Mi. Das ist Bandit Girl. Ach, und... Zack, great day. Wow, das sah sehr stylisch aus, Meat Boy. Ich muss dir das lassen. Oh, ja. Ähm, ja genau. Hier war der Trick. Erst hier unten rein. Dann hier rüber zu gleiten. Und dann von hier aus... Hier hoch. Und... Zack. Reinlanden. Sehr schön. Danke, Meat Boy, dass du mich so unterstützt. Ähm... Ich nehme an, dass ich diese Stage folgendermaßen machen muss. Oder beziehungsweise... Es ist alles schon so lange her, als ich das gemacht habe. Nein, 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 nein. Nein, 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 Blob. Dass der Blob auch genau zu mir fliegt, das ist erstaunlich. Vielleicht mag mich der Blob einfach nicht. Der Blob King. Ach, komm schon. Jetzt war der Blob doch gerade schon weg. Jetzt war doch alles in Butter quasi. Aber nein, leider Gottes. Naja, nicht. Hm, hm. Mää. Mää. So, jetzt ist der Blob weg. Och, Gott sei Dank ist der Blob weg. Ja, der Blob, der stört immer bei allen Aktivitäten. Ja, gell? Bum, bum, bum. Oh, Bandage Girl. Nächste Stage. Wuhu. Sehr schön. Diese Stage mag ich nicht, weil sie das erste Mal diese komischen Lasers hat, die Gott sei Dank im Spiel selbst nicht so häufig auftauchen. Woa, ah, WTF? Ach ja, das ist diese Glitch Warp Zone, die man manchmal aktivieren kann, lustigerweise. Ich bin erstaunt. Äh, hä? Ja, ja, Gott. Ja, Gott. Och, och, da war Lava am Boden. Das hab ich doch nicht... Ich hab das für Teppiche gehalten. Das kann ich doch nicht sehen, dass das Lava sein soll. Warum hab ich so einen seltsamen 4-Bit Meat Boy? Und warum verfehle ich das hier ungefähr, als wäre ich ein kleiner Bodenwurz? Das ist mir jetzt ein völlig unbekannter Teil des Spiels. Also, das wusste ich nicht, dass es hier in dieser Welt auch so eine Komme... Oh, egal. Game over auf jeden Fall. Wir kehren zurück in unser eigentliches Level. Und wir haben auch bei der zweiten Welt die Glitch-Welt freigeschaltet. Ich bin erstaunt. Ich wusste das nicht, dass es das in jeder Welt gibt. Ich dachte, das wäre so ein kleines Bonus-Ding in der ersten Welt. Ich nenne das Glitch-Welt, weil... Also, es sind halt immer so ein paar Glitches dabei. Auf jeden Fall die Grade-A-Geschafft. Ach Gott. Aber das muss möglich sein. Das muss möglich sein. Das sehe ich nicht ein, dass es das nicht möglich sein soll. So. So. Hier rüber. Und hoch. Ach. Ach Gott. Trau dich. Trau dich, Blark. Trau dich. Und du wirst einen Preis gewinnen, der seinesgleichen sucht in der ewigen Welt der Preise. Äh. Ja, das war jetzt gerade ein ziemliches Fail. Möchte ich anmerken. So. Sehr schön. Komm her, Grade-A. Äh. Ja. Diese Stage. Acht Minuten aufgenommen. Erstaunlich. Dass es schon so viele Minuten sind. So viele der gleichen Minuten. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Oh Gott. Und da ist auch schon die Kette, die sich langsam auflöst in ihre Einzelteile. Und Level Complete. Kein Grade-A. Da habe ich das noch nie geschafft. Ähm. Kann ich leider auch nichts für. Auf jeden Fall gilt es jetzt hier erst einmal zwischen dieses komische Ding zu kommen. Dann hier herunter zu rutschen. Hier herunter zu rutschen. Und dann letztendlich hier herunter zu rutschen. Grade-A abzuholen. Und weiter zu gehen in die nächste relativ lange Stage. die auf uns wartet. Und zwar diese hier. Lustig ist, dass durch die Nadeln diese komischen Blobs durchfliegen können. Was ich nicht ganz einsehe. Weil ich denke ja mal, dass es Blocks sind. Also richtig hart so. So harte Blocks. Und nicht solche at random reingesetzten, keine Ahnung, Halb-Blocks-Typen. So. Also das hätte jetzt schon viel zu gut funktioniert, würde ich das in einem Durchlauf schaffen. Auf jeden Fall sind wir beim Endboss angekommen. Mal gucken, ob wir den in fucking zwei Minuten schaffen. Und, äh, in fucking vier Minuten meine ich natürlich. Und Flame-Frame-Rate-Einbruch. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall schauen wir uns diese tolle Karzin an. Ja. Was wird da wohl kommen? Ein Fisch. Vielleicht. Mein Gott. Ich finde es lustig, dass in diesem Spiel eigentlich nahezu kein Endboss richtig böse ist. Also, dass du dir denkst, mhm, möchte ich nicht verwandt sein mit dem Kerl. Aber sowas gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt natürlich Endbosse, mit denen man nicht verwandt sein möchte. Was ja auch seine Gründe haben kann. Und sicherlich auch hart. Weil ich möchte zum Beispiel nicht mit einem roten Fisch verwandt sein. Äh, was unter anderem... Oh Gott. Ähm, warten auf den Fisch. Runterspringen. Uch. Ach, komm schon. Ernsthaft? Oh, komm her. Komm her, Fischi. Mal gucken, ob wir es jetzt durchschaffen oder nicht. Wenn nicht, schaffen wir es eben im nächsten Teil. Und dann, äh, ja. Wow. Wenn das mal nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich auch keine Ahnung, was das war. Oh Gott. Oh Gott. Warum kommt der Fischi denn? Und warum mache ich solche brachialen Fehler? Als wäre ich ganz seltsam. Was man mir ja auch nicht wirklich, äh, nachsagen kann. Dass ich seltsam wäre. Ich und Seltsam... Selten, sogar seltsam haben wir es gehört. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ähm. Naja, okay. Tja, das war natürlich jetzt gerade hellenhaft, wie ich das fabriziert habe. Oh. Ich warte, bis er an der richtigen Stelle spawnt. Genau. Hier zum Beispiel. So. So. Ah, dann komm mal hoch. Meat Boy. Komm, den werden wir doch auch jetzt noch zu Tode brachialen können. Er ist ein Motorboot. Das wussten wir ja noch nicht, aber... Also, ich meine jetzt nicht Meat Boy, sondern den Fisch. Der hat etwas Motorbootartiges an sich, finde ich. Hab ich so im... Ach, komm schon. Komm her. Ah, okay. Leicht gruselig. Ach Gott, woran sieht man denn, dass der da spawnt? Woran? Man sieht es gar nicht. Hab ich so im Gefühl. Ach Gott. Ähm. 14 Minuten sind weit herum. Und ich bin gespannt, inwiefern ich diesen tollen Stage Boss noch... Wow. Das war ernsthaft relativ knapp. Jetzt warte ich erstmal hier kurz, und zwar, bis er hier durchgerallt ist. Und dann springe ich hier rüber. Wow. Und... Wow, win! Ich hab eine weitere Welt in 14... Nein, 13 Minuten und 30 Sekunden geschafft. Oder in etwa ungefähr. Und jetzt gucken wir uns noch diese geniale Cutscene an. Und dann beenden wir das Video. Oh, schau euch das kleine Viech an. Ach ja. Oh mein Gott, Dr. Feet ist böse, böse. Oh, es wird bloß Bussis geben. Meatball. Sei nicht böse. Es will ein Bussi geben. Lass es doch in Ruhe. Achtung, was Meatball natürlich sofort macht. Achtung. Es kickt es weg. Ich glaube es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Wie brachial blöd kann man eigentlich sein? Hm. Naja. Naja. Chapter Complete. Und damit beende ich das Video. Tschüss.